Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Noch mal einer! Niveau! Das Pausenspiel kommt von Otto. Könnt ihr uns die Quizfrage beantworten via SMS. Aufpassen und los geht's mit dem Ottos Pausenspiel. Hier ist sie. Von welcher Marke war die Zahnpasta? Du hast den Würfel gewonnen. Wo bist du gerade? Du hast mitgemacht beim Motospielen, oder? Ja, du hast 50 Std. gewonnen. Applaus Ich gratuliere herzlich für Nina, die uns erst in Richtung von uns geschickt hat via SMS. Mein roter Sam. Wir haben einen 5-Kranken-Gutschein von Ottos. Ja, der 5-Kranken-Gutschein gehört dir. Ja, ist genial. Hätte ich nicht gedacht.